Und am 19 zu diesem VfB aktuell, wir beschäftigen uns mit der Mitgliederversammlung, dafür muss ich noch kurz sagen, vielen Dank erstmal für den Support auf dem Auswärtsvlog, geiles Ding, hat sich aber auch das Spiel und alles, Last-Minute-Treffen und alles 100% verdient und natürlich auch vielen Dank, wir haben es geknackt, sind mittlerweile schon fast, ja, deutlich, deutlich drüber, sagen wir es einfach so, 5000 Abonnenten, wir haben es geschafft, ich glaube letztes Jahr, mehr oder weniger zum gleichen Zeitpunkt, waren wir bei 2000, also eine sehr wilde Reise, vielen Dank an jeden, der hier am Start ist. Und hier für das Video geht vor allem kurz raus an die VfB-Twitter-Community, also vor allem an Bruddelei und Ricky Palm natürlich, die von der Mitgliederversammlung getweetet haben und von denen ich so das meiste hier rausgezogen habe, klicken wir los. Jetzt VfB sein, das ist eine neue Kampagne von VfB, um Mitglieder zu gewinnen, Ziel für nächstes Jahr, also 2023, sind scheinbar so 85.000, 87.000 Mitglieder. Dazu gibt es eine Webseite und ein kurzes, knackiges Video, ein sehr, sehr schönes Video, eben zum Thema jetzt VfB sein. Leider ist das noch ungelistet, also es ist noch nicht richtig veröffentlicht auf YouTube, aber man findet es halt über die Webseite und so weiter. Das ist natürlich auch, wie alles, im Sammellink, in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut euch das an, sehr schönes Ding geworden. Mitgliederversammlung, es waren über 500 stimmberechtige Mitglieder da, das wird jetzt so ein bisschen so ein, ja, vielleicht wirkt es von einem oder anderen vielleicht ein bisschen durcheinander gemischt, aber einfach alles, was sich so rausgenommen hat aus den Tweets und so weiter, ohne jetzt eine wirkliche Sortierung zu haben hier. Wie gesagt, über 500 stimmberechtige Mitglieder waren da, ja, das geht so, aber es war halt auch keine Mitgliederversammlung, die irgendwie groß, besonders oder so angekündigt war oder so, also im Sinne von einer Abstimmung und sowas, die es gab. Da war die letzte zum Beispiel noch ein ganz anderes Thema, da auch der Stand, wir sind bei über 76.000 Mitgliedern, wenn wir es im Vergleichswert haben, wollen wir wohl so etwa 10.000 in einem Jahr dazubekommen. Sehr coole Nummer auf jeden Fall, auch dass die Mannschaft am Start war. Die Mannschaft war da, ich glaube nicht nur die gesamte Länge, aber sie war ziemlich lange da. Gab auch Standing Ovations für Matarazzo, Missentat und die Mannschaft, natürlich nach dem 2-2 jetzt bei den Bayern gestern. Stimmabgabe tatsächlich weiterhin, wie gesagt, laut den Aussagen oder Tweets besser gesagt, über die eigenen mobilen Daten oder eben über so ein Tablet, was da angeboten wurde. Also immer noch kein freies WLAN für sowas, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Aussage von Vogt, sehr schön. Unsere VfB war, ist und bleibt vielfältig. Die VfB-Frauenmannschaft gehört seit dem 01.07.2022 auch jetzt zur AG, also da macht man auch keine halben Sachen. U17 und erste Mannschaft quasi beim VfB, U13, U15 und die dritte Mannschaft sind weiterhin beim VfB, VfB, ich glaube auch VfB, Obertürkheim am Start, also man bleibt da an dem Verein dran, den man ja quasi übernommen hat in Sachen Frauenfußball. Bei den Herren mittlerweile die U11 bis U15 noch im EV, also im Verein, U16 bis U21 in der AG. Die Fanszene wurde gelobt von Bühler, vor allem die solidarische Arbeit vom Kommando Kannstadt und vom Schwabensturm, sehr schön und auch sehr wichtig. Ich finde, die kommen wieder oft auch zu knapp, da geht es immer eher um großes Drama, ah, hier wurden wieder drei Pyrus gezündet. Ultras sind nicht nur das, es ist schön, dass es auch gewidmet wurde oder generell Fanszene ist nicht nur das. VfB wird eine Stiftung gründen oder will eine Stiftung gründen, die den Menschen in der Region gewidmet sein wird. Auch eine schöne Aktion. Dank den Transfereinnahmen, also wir sprechen jetzt vom Geschäftsjahr 2021, deswegen vor allem so Einnahmen wie González oder Kobel, haben wir in den Bilanzzahlen für dieses Jahr nur ein minimales Minus gemacht, 1,2 Millionen scheinbar, um es auch zu bedenken. Damals waren halt, letzte Saison waren auch noch Geißerspieler dabei und sowas. Da war immer noch so ein bisschen, ja, vor allem in der ersten Hälfte des Jahres sehr viel Corona und dann am Ende noch so ein bisschen der Abgang von Corona quasi. Thema Corona auch, ich denke mal insgesamt ist das, wenn Sie das so formulieren, quasi während Corona hat der VfB über oder etwa 90 Millionen Verluste hinnehmen müssen. Auch ein hartes Ding natürlich. Müller und Endo wurden geehrt. Wegen ihren Olympiateilnahmen haben die Verdienstmedaille Silber bekommen. Um 17.19 wurden auch geehrt für ihre geilen Leistungen. Letzte Saison Hitzesberger wurde von Vogt gelobt nochmal, auch wichtig. Ab 2024 zahlt der VfB eine Stadionpacht von 7 Millionen pro Jahr, wissen wir jetzt das auch. Entlastungen gab es natürlich wie immer. Im Präsidium wurden Vogt, Adrien und Riedmüller entlastet, Geißer, Mutschler nicht. Alle im Vereinsparat wurden entlastet bis auf mein Talk. Und mehr als 97% stimmten für eine Verankerung der 50 plus 1 Regelung in der Satzung. Gutes Ding. Was ich ein bisschen schade finde, eine Geschichte, die nicht durchgegangen ist, ist die digitale Übertragung der Mitgliederversammlung. Das ging nicht durch. Sehr schade. Damit gibt es auch leider in Zukunft keine Livestreams oder sowas von denen, wenn man eben nicht selber am Start ist bei der Mitgliederversammlung vor Ort. Die dann am Ende des Tages etwa 5 Stunden ging heute. Und das auch zum Schluss noch bei Wucherpreisen. Das werde ich auch nie verstehen, warum man sowas macht. Warum man das so nötig hat. Aber scheinbar war es jetzt zum Beispiel um einen Preis. Und dann waren es scheinbar 9 Euro für einen Liter Wasser. Also das muss halt einfach nicht sein. Khedira, Kakao, Lahm und Gentner. Das war wahrscheinlich der Kracher der Mitgliederversammlung. Sami Khedira und Philipp Lahm werden neue Sportberater beim VfB. Es wird keinen externen Sportvorstand geben. In Umsetzung heißt das, dass die beiden eben Werle beraten. Stehen dem Vorstandsvorsitzenden mit Erfahrung und Expertise beiseite. Gerade Khedira feiere ich komplett. Früher Lieblingsspieler gewesen. Eine absolute VfB-Legende. Christian Gentner wird dazu ab dem 1. Januar 2023 Leiter der Lizenzspielerabteilung. Der Ex-VfB-Kapitän damit Teil des Teams von Missetat und Rüth. Gentner ist ein bisschen überraschend in der Riege von den neuen Leuten quasi. Viele Fans haben nicht mehr so die großen Sympathien zu ihm. Der Abstieg, danach der Wechsel zur Union. Gerade zu dem Klub, gegen den er abgestiegen ist. Und natürlich auch so Haltungsaussagen. Auch in der Abstiegssaison wie in Mainz muss man nicht gewinnen. Dieser Spruch wird für immer jeder VfB-Fan im Kopf behalten. Muss aber trotzdem auch sagen, der Kollege wurde halt trotzdem auch Meister mit dem VfB. War sehr lange Kapitän. Hat auch einen Lehrgang gemacht im Management. Markenbotschafter wird Kakao. Auch absolute Legende. Richtig geil. Das ist VfB-Power. Plus natürlich, es sind auch einfach dazu große Namen. Es sind Weltmeister, Champions-League-Sieger, Meister. Einfach geil. Khedira, 8 Jahre. Kakao, 9 Jahre. Gentner, 14 Jahre. Beim VfB. Und Lahm ja auch für 2 Jahre mal geliehen. An den VfB-Nebenschauplatz zum Schluss noch. Es wurde natürlich viel darüber jetzt gesprochen, auch auf Twitter und so weiter, über eben die noch nicht begonnenen Gespräche über eine Vertragsverlängerung von Sven Mislintat. Da ist der Vertrag nur noch bis 2023, bis Sommer. Man muss aber hier schon mal direkt eingangs sagen, 2020 wurde zuletzt verlängert. Und das war, also da lief er 2021 aus. Und da wurde verlängert, auch erst im Dezember. 17. Dezember kam die Meldung. Also es ist noch Zeit. So ist es nicht. Auch Mislintat-Aussagen waren ja ständig so, dass man sich da keinen Zeitdruck setzt. Oder irgendwie gab es ja oft die Ideen, oh, vielleicht der auf der Mitgliederversammlung wird sich ja anbieten. Immer entspannt. Es ist noch genug Zeit, um zu verlängern. Dazu ist man jetzt frisch aus der Transferphase raus. Das ist nochmal 1 bei Mislintat. Vom Fokus her und natürlich auch die Vorbereitung auf die Mitgliederversammlung, Fokus von Werle und so weiter. Also die Gespräche werden aufgenommen. Das wird noch, das wird geschehen. Da war jetzt wohl noch nicht der perfekte Zeitpunkt für da. Es ist ja auch nach der Transferphase, wird man sich unterhalten. So lange ist sie noch nicht zu. Alles andere, wie gesagt, wäre auch scheiße. Bin ich vollkommen dabei. Mislintat muss verlängert werden. Viele auf Twitter haben da direkt die Weltuntergangsstimmung ausgerufen. Direkt Angst aufgrund eben auch dieser neuen Entscheidungen. Es ist ja so ein bisschen bekannt, dass Mislintat gerne einen kleineren Kreis hat zum Arbeiten. Da haben auch da so zu viele Personen verlangsame Entscheidungen, zu viele Meinungen und so weiter. Also verlangsame einfach Prozesse und Entwicklungen. Da passen natürlich jetzt erstmal auf den ersten Blick drei neue Mitarbeiter nicht so wirklich rein. Wobei natürlich zwei hauptsächlich natürlich eher Berater sind für Werle. Ich tippe mal, es ist so. Natürlich konnte ich auch erst mit dem Begriff quasi Sportberater nicht so richtig was anfangen. Weil es auch nur, dass ich jetzt halt ein Werle beraten. Ich tippe mal, es ist wahrscheinlich so etwas Ähnliches, wie es sah man beim BVB in der Rolle. Werle und eben natürlich Gentner, wo ich aber sagen muss, normalerweise ist sowas ja zu 100% abgesprochen so. Würde ich mal tippen, dass den nicht Werle einfach geholt hat und ihm jetzt vorsetzt und sagt so, arbeitet miteinander, muss funktionieren so. Dazu Satz hier, in den nächsten Wochen soll das Aufgabenprofil gemeinsam erarbeitet werden. Also alle zusammen im Verbund. Gentner würde unter Mislintat arbeiten, so klingt es. Mislintat würde in diesen Verhandlungsphasen jetzt, wenn sie natürlich irgendwann kommen, tatsächlich auch ein bisschen fordern. Also nicht übertrieben fordern, aber ein bisschen natürlich auch einen Anspruch haben. Hat er sich auch verdient mit der Arbeit, die er gemacht hat? Würde ich sagen, dass er sich verdient natürlich auch, selbstbewusst in die Gespräche reinzugehen, sage ich mal. Eine Sache, die er wo will, ist, dass man eben nicht ständig einen Überschuss braucht. Also quasi, dass er der Depp ist, doof gesagt, der ständig Spieler verkaufen muss und dick Einnahmeüberschuss machen muss, damit eben der Verein auf gesunden Füßen steht quasi. Da hat er nicht mehr so Bock drauf. Natürlich jetzt auch wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht mehr so gegeben, wie in den letzten Jahren. Hoffentlich, das war ja auch viel durch Corona verschuldet, wie gesagt, 90 Millionen vorhin. Und natürlich auch Stadionumbau und so weiter. In den nächsten Jahren sollten da vielleicht ein bisschen ruhiger werden. Sowieso schon grundsätzlich. Er will eben damit auch ein bisschen mehr ausgeben können und eben nicht nur einnehmen, ist ihm, glaube ich, auch vollkommen gestattet. Der Kicker schreibt auch hier zur Thematik, dass man weiter mit ihm verlängern will. Und natürlich auch die Gespräche aufgenommen werden und so weiter. Natürlich die Frage, ob er will. Ich gehe erst mal nicht diese Weltuntergangsstimmung mit. Es bleibt natürlich auch dabei, dass die bei mir auch aufkommen würden, wenn Missinidad nicht bleibt. Also natürlich nicht mit großem Stil. Der Verein ist immer noch die Nummer eins. Kein Spieler, kein Funktionär. Bla, bla, bla ist größer als der Verein. Aber Missinidad ist für mich schon eine extrem wichtige Stütze. Also die nicht Weltuntergangsstimmung, aber ein komisches Gefühl habe ich trotzdem, wenn der wirklich am Ende nicht verlängert. Aber das ist auch mittendrin im Skript gekommen hier, während ich es geschrieben habe. Was deutlich zur Beruhigung beitragen dürfte, um hier quasi die Kurve zu bekommen, ist der Instagram-Post von ihm, der jetzt eben kam erst vor ein paar Minütchen. Collage von Gentner, Khedira und Lahm mit eben dem Text Welcome back. Sehr cool, euch ab jetzt im Team VfB zu haben. Insbesondere die Perspektive von absoluten Top-Spielern fehlte uns an verschiedenen Stellen seit dem Weggang von Thomas, also von Hitzesberger. Ihr werdet unsere Diskussion bereichern. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Hat Legende20, Sami Khedira6 und Philipp Lahm markiert und die Hashtags VfB, ein Team und Zusammenhalt. Wirkt also erstmal so in der Außenkommunikation, dass das alles cool ist. Dann hoffentlich das Thema Vertragsverlängerung, das ist ja wirklich auch schon ein ewig langes Thema, ist dann hoffentlich endlich mal abgehakt. Ich gehe fest davon aus, dass er verlängern wird. Die Frage ist dann, wie lange er überhaupt verlängert. Gerne eure Meinung in den Kommentaren dalassen zu den ganzen Geschichten hier, zur Mitgliederversammlung und so weiter und so fort. Das gerne ist kostenlose Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und natürlich gerne, wer es auch noch nicht getan hat, den Stadion-Vlog abchecken vom grandiosen Auswärtsspiel in München. Gestern Wahnsinn gewesen. Danke euch fürs Zuschauen. Natürlich hier noch wie immer viel mehr fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Musik Untertitelung des ZDF, 2020